Der Himmel, grün erleuchtet, blitzschnell schießt ein unbekanntes Objekt in Richtung Erde. Das kleine Kind bekommt nichts davon mit. Bilder, wie wir sie nur aus Hollywood kennen. Jetzt passiert im Nordosten der Türkei über der Stadt Erzurum eine Sensation für Geowissenschaftlerin Dr. Beverly Tikalcets vom Geo-Institut der Goethe-Universität in Frankfurt. Oh, aufregend. Ich würde gerne da sein und gleich gucken gehen, ob man da was findet. Es sind keine Außerirdischen, die hier gerade auf der Erde landen, sondern ein Meteor, der vermutlich mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 20 Kilometer in der Sekunde in die Erdatmosphäre eingedrungen ist. Die Tatsache, dass der Himmel auch so breit aufgeleuchtet ist in grün, würde auch bedeuten, dass die Atmosphäre sich auch erhitzt und verglüht ist. Und die Intensität von der Farbe, das zeigt uns, dass es sehr schnell war. Auch über Hessen sieht man immer wieder Meteore, die beim Eindringen in die Erdatmosphäre verglühen. Zuletzt 2017, über der Mainmetropole, auch dieser Meteor glühte grün. Diese Energie, die dann freigesetzt ist, das zeigt uns etwas über welche Elemente es ist. Und zum Beispiel Magnesium wurde zum Beispiel grün. Später ist es dann wieder gelblich geworden, dieser Meteor. Und dann kann man sagen, dass es vielleicht noch mehr Eisen auch, also ein Eisen-Magnesium-reicher Meteorit. Vielleicht ähnlich wie das, was über Russland vor zehn Jahren gefallen ist. Es könnte ähnlich sein. Der 20 Meter große Meteorit raste 2013 auf die Erde zu. Die Druckwelle verletzte 1500 Menschen. Die Einschlagstelle war ein zugefrorener See. Zum Glück, sonst hätte es noch schlimmer ausgehen können. Die Meteoriten, wir nennen sie die Fälle, die Fallen, wir sehen sie fallen und wir nehmen sie. Die sind ganz frisch. Das heißt, die haben keine Einwirkung von terrestrischen Verwitterungen. Die haben nicht in irgendwelchen Flüssen gelebt oder im Eis oder sind nicht von der großen Hitze, von der Sonne und Sand, sind nicht dann gerieben worden. Das ist dann ganz aufregend für uns. Dann sind sie ganz frisch. Und dann können wir viel mehr sagen über den Asteroid, wir sagen den Mutter-Asteroid, wo sie dann herstammen. Nachdem sich in unserem Sonnensystem die Planeten gebildet haben, blieben viele kleine Teile übrig. Hier als grüner Asteroidengürtel dargestellt. Wenn sie darin gegeneinander stoßen, können sie ihre Luftbahn verlassen und Richtung Erde stürzen. Die Erde liegt am äußeren Rand unseres Sonnensystems. Die Asteroiden können sie also leicht erreichen. Kleine Bruchstücke von Asteroiden nennt man Meteor. Meteorit sagt man erst, wenn das Gestein aus dem All beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht komplett verglüht und auf dem Boden einschlägt. Selten ist es nicht, dass Steine auf die Erde herabfallen. Nur so spektakulär wie am Wochenende sehen wir es nur das ein oder andere Mal. Tonnenweise jedes Jahr Meteoriten auf der Erde. Wirklich ganz, ganz viel. Man würde es nicht denken. Die meisten Meteoriten, die fallen dann über den Ozeanen und dann sieht man nicht. Oder es kann auch in jedem sein Garten Meteoriter sein. Na dann schauen wir doch mal alle im Garten. Vielleicht machen ja Sie den nächsten Sensationsfund neben Otto, dem Gartenzwerg. Vielen Dank. Vielen Dank.